Der Mann an der Telefonzelle schien einen kurzen Blickwechsel mit der Blonden zu haben. Kannten sie sich? Die Frau bog an der nächsten Hausecke ab. Wieder sah die Blonde jemanden an und es schien Ria, als nicke er ihr zu. Ihr Zickzackweg war kein Zufall. Sie wollte sicher gehen, dass ihnen niemand folgte. Und diese Männer waren bewusst platziert. Sie arbeiteten mit der Frau zusammen und prüften für sie die Gegend. Die Frau betrat ein Haus. Im ersten Stock klopfte sie an einer Tür. Wer klopfte denn, wenn es eine Klingel gab? Ria warf einen Blick auf das Namensschild neben der Klingel. Schmidt stand dort. Ein blasser Lulatsch öffnete. Er ließ sie hinein, tauschte ein paar Worte mit der Frau, dann begrüßte er Ria höflich, aber distanziert. Er führte sie in ein Büro. Dort stand ein Mann auf und bat sie, an einem kleinen Tisch Platz zu nehmen. Er rückte ihr den Stuhl zurecht wie ein Kavalier alter Schule. Sein Alter ließ sich schwer einschätzen, Mitte 40 mochte er sein, wobei ihn das sorgenvolle Gesicht womöglich älter erscheinen ließ, als er wirklich war. Seine rechte Gesichtshälfte hing etwas herunter, das Auge tränte. An seiner Stirn wurde das rötlich-blonde Haar Schütter. Frau Nachtmann, begann er und setzte sich ebenfalls. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Das war wohl kaum freiwillig. Sie haben mich entführen lassen. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Sie haben alles Recht der Welt, diese Fragen zu stellen. Er sah auf den Tisch, wie um sich zu sammeln. Dann kehrte sein Blick zu ihr zurück. Sagen wir es so. Ich weiß, dass Stasi-Offiziere ihren Vater abgeholt haben, als sie noch ein Kind waren. Ich weiß, dass ihre Mutter festgenommen wurde und sie und ihre Schwester verschleppt und in regimetreue Pflegefamilien gegeben wurden. Diese Männer von der Staatssicherheit haben ihren Vater nicht gehasst. Ihr Vater war ihnen gleichgültig. Die Männer waren nur Ausführende, Zahnrädchen einer Maschine. Genauso wie die Wachmänner des Zuchthauses, in das ihre Mutter gebracht wurde. Oder die Folterknechte im unterirdischen Zellentrakt der Staatssicherheit, in dem man ihren Vater gebracht hat. Aber vielleicht verspüren sie ein gewisses Bedürfnis, denjenigen zu schaden, die diese Maschine gesteuert haben. Rias Körper versteifte sich. Was wissen Sie über meinen Vater? Sie sind eine junge Frau, die von einem Staat nahezu vernichtet worden ist. Ich kann Ihnen helfen, Rache zu üben für das, was Ihrer Familie angetan wurde. Wenn Sie bereit sind, in das Innere der Maschine vorzudringen, kann ich Ihnen die notwendigen Mittel dafür an die Hand geben. Wollen Sie das? iós! Angelegen! Angelegen! Vielen Dank.